ARD Text im Auftrag von Funk Wahrscheinlich gibt's das schon. Und ich weiß es nur nicht. Was bin ich? Verklemmt? Ich glaube es hackt bei dir. Kann ich einer aus dem Auge holen? Nein. Das stimmt, wenn ich habe. Wir dürfen da runter. Ja wahrscheinlich. Vincent, siehst du das Haus? Let's check it out. Nee, welches? Das ist welches Haus, hä? Sieh ich nicht. Weiß nicht, wen du meinst. Hör mal. Verbrecher. Ich bringe dich ins Gefängnis. Ja, bringe dich ins Gefängnis Verbrecher. Der Heldblech ist aber auch hart. Ja. 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 Ich mag es. Es ist besser. Es ist besser zusammen mit dem Haus. Was hast du mir? Siehst du die Bar da? Ja. Wir verlassen die Hörsen. Wir verlassen die Hörsen. Wir verlassen die Hörsen. Wir verlassen die Hörsen. Ich glaub mir. Ich werde sie zurückkommen. Ich weiß nicht. Die sind doch schon ein bisschen älter. Nicht dass die dann da drauf gehen. Herzinfarkt oder ein Schlag mich tot. Keine Ahnung. Wahrscheinlich so der Plan. Vielleicht bitte ich auch zu... Aber die haben halt ne Shotgun. Ja, aber auf der anderen Seite... Wollen wir Pferde freilassen? Ja. Okay. Okay. Whatever man. Let's try it. Okay. Come on. Folgen wir mal Vincent´s guten Menschenverstand. Crap. It´s locked. Der bachert einfach da unten den... Wow. How do you know they got Horses in there? It´s a Horsbar, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, you could also be empty. You hear that? Yeah. I do. Hey, look up there. An opening. Maybe we can find some way to reach you. Hmm. Als ob wir jetzt nicht da drüber kommen. Ernsthaft. Du musst da noch ausrubeln, wie durch die Kühe durch. Ernsthaft. Awww. Can I agree more? Ah, warte mal. Hier ist ne Leiter. Ah. Warte mal. Hier ist ne Leiter. Ah. Wie. 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 Du erst mal müssen wir da runter. Ja. Ja, Seite, Pferd, da ist nix drin, da ist auch nix drin, beide sind alle. Ja, jetzt pass auf, welche lassen wir denn da auf? Die vordere, geht die vordere auf oder müssen wir hinten aufmachen? Ich glaube die vordere. Okay. Okay. Ja, mach doch mal keinen Stress, Mann. Ja, ich bin noch schon da. Und, auf. Ja. Lauft, meine Freunde. Nee. Nee, das habt ihr nicht, ich hab das vergessen. Schnell hinterher. Holen sie euch zurück. Okay. Ja. Und jetzt lass uns dann quasi schnell ins Haus. Dräng mich nicht ab. Können wir uns die Schotty schnappen? Mein Plan. Ach, die hat er mitgenommen. Ah, wahr. Als ob. Aber die Munition haben wir da gelassen. Ja. 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 Das ist die Schotty. Ja. Ich hab das. Ja. Die ist sehr gut. Ja. Wie geht's jetzt nicht schlafen. Ja. 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 ach du spielkind komm lass uns zum truck ich höre die pferde ich kann die munika mitnehmen wo bist du jetzt vorne raus wo ist der scheiß truck ich dachte dass er vielleicht draußen ist der truck also da vorne irgendwo mal gucken vielleicht findet man da noch irgendwo da muss ja irgendwo stehen hufeisen werfen oh das war eine tippe oh das war eine tippe Ich hab den Truck! Das Gaskinister ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht dann hier. Komm mal her! Hilf mir! Hilf mir, bitte? Jetzt mache! Du musst... Ach, mach halt, also... Oh mein Gott, es ist ein Bisschen. Es ist nicht so schlecht. Was meinst du, es ist nicht so schlecht? Hey! Es ist sogar ein Bisschen. Ich bin sicher, dass es hier irgendwo ist. Ich weiß nicht, Mann. Es ist nicht so, dass wir eine Wahl haben. Es ist sicher, dass er auf dem Weg geht. Wir müssen es auf dem Weg, und wir werden hier nicht weg. Ich bin gut. Ja, dann lass uns zwei, drei versuchen. Ich habe hier ein Hebeeisen. Wofür auch immer das ist. Okay, wir haben hier auf jeden Fall dann auch... Ich habe das Auto quasi damit schon mal angehoben, dann fast. Zumindest das vorbereitet. Hast du noch Reifen? Negativ. Da oben liegen doch Reifen. Aha. Da oben liegen doch Reifen. Da oben liegen doch Reifen. Da drüben auf der anderen Seite. Ah, warte. Ich habe einen Plan. Siehst du das jetzt? Hast du gerade aufgefallen? Toller Plan war das. Das schaut doch gut aus. Hopp. Kupfer auf die Karre. So, und du? Wie komme ich dazu wieder runter? Hey, stopp, 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 stopp. Lass den Haken hier. Lass den Haken. Noch leck mich doch. Komm. Schnappt ihr den Reifen? Na los, komm. Schadef ist. Ach, das ist so. Huh. Puh. Okay, jetzt brauchen wir nur die Schule in den Stadts. Dann, äh, ja. Nehmen wir doch das Reifen. Kreuz. Ich fühle schon mal den Tank auf. Genau, sowas nennt man Teamwork. So, der Reifen wäre dann auch erledigt. So, warte. Ich möchte meinen Arsch drauf verwenden, dass ich noch irgendwas will, weil... Es sieht der. Ach nein, wir müssen anschieben. Wollen wir wetten? Oder... Hast du da noch irgendwo was gesehen jetzt grad? Fahrrad nochmal. Da zeigt er doch noch irgendwas anderem. Ach, das ist wegen der Batterie wahrscheinlich. Ach, warte. War da hinten nicht ein Generator drin gestanden? Hm. Stimmt, da war was. Muss mal gucken. Nichts, dass wir den zu zweit brauchen. Ähm, tragen müssen oder holen müssen. Wie auch immer. Kannst du da was machen? Kannst du da was machen? Hallo Katze. Kannst du da was machen? Hallo Katze. Komm, ich muss doch gehen hier. Bergab, Kupplung kommen lassen. Zack. Warte mal, links von dir. Links, links, links. Stopp, stopp, stopp. Geh nochmal zurück. Hat doch gerade was angezeigt bei dir. Ach, Holzhacken. Ja, okay. Ja, hacken bisschen Holz unbedingt. Alles klar. Vielleicht kriegen wir damit die Batterie voll. Ähm. Ist das auf der anderen Seite noch irgendwas? Ja, weiß nicht. Ja, weiß nicht. Dafür müssten wir quasi nochmal... Ja, hol ich den. Nach drüben. Also... Ich häng mich da mal hin. Schieb mich mal rüber. Jo. Ich hänge. Ja, ich komme. Ich häng immer noch. Nicht loslassen. Aaaaah. Verdammt. Ja. Dann gucken wir mal da nochmal. Ob wir da noch irgendwas finden. Ne. Das äh... Hier ist nichts. Und die in ihren scheiß Haus irgendwie noch, ne. Müssen wir nochmal ins Haus schauen, ja. Barzerie. Pass auf, ich guck nochmal oben ins Haus rein. Du könntest höchst noch mal in die andere Scheune rüberschauen. War jetzt im Pferde statt? Mhm. Alles klar. So. Mal gucken. Vielleicht ist da ja... Im Kühlschrank eine Batterie. Hm. Oh. 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 Kann selten sein. Das Bier ist... Oh. Waschent Sie sein jetzt aber schon ein bisschen länger da drin zu liegen und angebrannt zu sein. Na gut. Spülen will ich jetzt eigentlich nicht hier. Was haben wir da? Mhm. Company. Hmmm. Hmm. Ganz ehrlich gesagt, was das? Hallo, Polizei? Nein. Ja, so am Freshwater. Ist gut jetzt mit Freshwater. Ey! Peng! Näh. Naja. Da können wir das blöde Ding da jetzt mal ausschalten. Ach, das ist gar nicht. Da läuft ein Schwein. Hm. Es schmeckt großartig. Na, guck mal. Da. Grüß dich, Leo. Dimmels. Ach, das stimmt alles vorne. Ne. Mach das mal ne Scheiß. Radio hier aus. Komm, lass uns Musik spielen. Leicht. Du hast eine Batterie. Hey, Bessie. Willst du etwas Gras? Nein? Nein? Nee. Das ist gar nicht so. Nein. Das war schon mal. Was ist alles gut? Was ist das? Die sind nicht so schön. Ich weiß nicht. Nein. Ich steig gerade noch mal nach oben und guck mich da oben noch mal um. Scheiße auf die Augen jetzt, ob die geschwollen aussehen oder nicht? Du redest ganz schön geschwollen nachher. Ne, ich mach nicht auf extrem. Kevin, das kannst du vergessen. Kommt mir gar nichts mehr hinterher. Gibt's doch gar nicht ey. Sag mal, wo ist denn die Batterie? Meinst du? Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Aber gut, wenn du das sagst. Fast zum... Kannst du das doch mal machen? Warte, wieder wird das Huhn. Hey Vincent, check this out. A flying chicken. Kannst du das mit dem Schwein hin auch machen? Nein. Hilft's zwar nicht beim Problem, aber... Ist witzig. A flying chicken. Hauptsache du hast Spaß. Oh Mann ey. Das ist bestimmt total banal. Wahrscheinlich ja. Vielleicht... Lass uns mal... Hier an Kontrollpunkt neu starten. Das können wir machen. Aber ich weiß nicht welcher Kontrollpunkt das ist, ne? Na ja. Gehen wir da. Ja. Das ist... Der Reifen Kontrollpunkt. Ist da der Reifen schon da unten? Oder müssen wir den noch holen? Hey Vincent. Kann ich holen? I see a tire over there. Let's find a way to get up there. Okay. Dann lass uns mal... Langsamer vorgehen jetzt halt erstmal. Und dann machen wir den ganzen Spaß jetzt einfach nochmal. So, jetzt holen wir erstmal den ganzen Spaß zusammen. Komm, was los da? Und gehen da nochmal runter. Dann war da irgendwo noch die Stange gelegen. Um den ganzen... Spaß hier... Aufzubocken. Ja. Da ist... Da hinten ist das Hebeeisen auf jeden Fall. Dann gucken wir jetzt gleich mal rein. Okay, die Batterie schaut tot aus. Okay. Mhm. Das haben wir schon mal geklärt. Ich hab den Reifen. Ähm... Danke zu Mohrin. Warte. Warte, 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 warte. Die ist... Ähm... Auf der anderen Seite. Ja, dort. Da rechts, wo auch die... Regale sind. Aber warte mal, die... Die nehmen wir mal noch nicht. Die nehmen wir mal noch nicht. Weil... Ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Ähm... Radkreuz. Ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Mal, was nicht geklappt hat. Holst du Benzin noch? Ja. Weil du hast doch die Stange hinten weg genommen gehabt, ne? Okay. Das heißt, wir haben das runtergelassen. Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen das Auto aufbauen, bevor wir das anbauen. Wie handelhaft. Das könnte wahrscheinlich das Auto aufbauen. Ready, Leo? So, ich brauche dich dann nämlich dann... Sobald du das hast soweit... Brauche ich dich dann noch. So. Und das wird... Könnte das Problem gewesen sein dann gleich. Wenn du noch befüllst... Nee, du erst mal Tank befüllen. Mach das ruhig erst mal. Okay. Okay, jetzt pass auf. Ähm, geh du mal an der rechten Seite dahin. Hier. Ja, an den Klotz. Genau, an den Klotz. Und ich hebe da hinten an. Ach. So, fertig. Also, ich hebe jetzt an. Und du nimmst den Klotz weg. Jawoll. Jetzt kann ich nämlich schieben. Wow. Er hat also wirklich gebackt. Mhm. Na dann. Das ist das einzige was eigentlich Sinn machte. Also, das finde ich dann... Ja. Woah, 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 woah. What happened? Did you let go? No, I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Eh, let's go get it. Ugh. Da ist nämlich die Batterie dran zum Überbrücken. Ja. Hm. So was aber auch. Ja. Ich roh. Ich hab jetzt den Kahn einmal zu proben. Ich versuch' jetzt Perry. Oh, shit. Hier spricht einen wieder eins. Ja. Ach, Mann, ey, so viel Zeit verpippert, aber ... Ja. Manchmal, man muss man einfach ein Verständnis haben. Verständnis, hm? Na das habe ich glaubt. Nach einer Zeit, einfach in mir信. Ja, stimmt. Ja? Nein, ich weiß nicht. Es war ein Zeitpunkt. Ich brauche deine Hilfe jetzt, Ofer. Ok, schnell hoch, bitte. Absolut. Danke. Die Polizei sind noch auf der Weg? Ja, sie werden hier in einem Moment. Ok, ich werde sie sich über die Arbeit. Nein, nur bleib hier. Es ist okay, warte hier. Ich bin okay. Filthy scum! Oh shit, take cover! Vielleicht hätten das doch... Ich fahr, was? Nein! Nein, 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 nein. Ich fahr nicht. Okay, das nächste Mal machen wir Leos Weg. Ja, super. Hype, Hype, ja. Ganz toll. Das Spiel hat gepackt. Oh nein, ich muss doch... Nein, 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 nein. Das ist eine Filmsequenz, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Viel Spaß. Oh nein! Äh... Du bist oben. Was denn? Oh Gott! Kannst du mal bitte dafür sagen, dass die mal aufhören damit? Oh mein Gott! Oh Gott! I'm the way! Oh shit! This is gonna be tight! That was a close one! Woah! Die hat deren überlebt! Die war fast wie ein GTA-Do! Nur schlimmer! What the? I'm fine! I'm fine! Keep going! I'm not giving this body easy! Mach zu! Oh, fine! Jaja, alles klar! Die Kader ist am quallen, weißt du? Alter! Stop! Keep going! Come on! Yeah! Woah! Where did all these cars come from? Out of the way! This goddamn car can't go any faster! Come on! Come on, Vincent! Just keep it steady! Here you go, you cops! The cops are still on us, Vincent! Woah! Hold on back there! Ich dachte, da wäre noch mehr Platz! I can't hit anything while you fly like an ass! I'm doing my best over here! What the fuck? What the fuck? Oh shit! Okay, this is a cinematic, ich kann nix tun, this is a cinematic! Woah! Okay, jetzt kann ich wieder tun! You'll take back there! What are you doing?! What the fuck?! I'm trying my best here, goddammit! Wow! 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 Autsch! Let's go swimming! Wohin? Wohin? Was? Ach da. Oh Gott. Jetzt fährst du. Ja, ja, mach mal keinen Stress. Ich komme doch schon. Dies ist sehr schlecht für amerikanische Politiker. Ja, na klar, logisch. Du springst schon mal rein und ich muss schieben.